Er fängt gerade mit 21 in ihrer Ausbildung an und klagt schon seit längerem über Lippen, die relativ zu klein im Verhältnis zu ihrem Gesicht und zu ihren Augen sind. Und deshalb heute die Behandlung der Lippen, einen Lippenaufbau in natürlicher Art und Weise. Sie möchte gerne auch bei ihren Freunden zeigen können, dass sie eine schöne Lippe hat. Aber auf der anderen Seite möchte sie nicht diese großen, geschwollenen Lippen haben, die sehr künstlich wirken. Und deshalb ist sie bei uns und die Behandlung, denke ich, zeigt auch das schöne Ergebnis.